Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Und ja, heute erleben wir eine echte Startup DNA. Ich habe einen super spannenden Gast, weil ich glaube, sein Lebenslauf, werden wir gleich hören, war gar nicht so einfach. Aber heute ist er sehr erfolgreich und das finde ich ja immer super spannend. Aber wie immer, wir starten. Wer bist du und was machst du? Moin, 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 moin. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Markus Diekmann und neben der Rolle als Familienvater bin ich Unternehmer. Viele kennen mich, weil ich bei Shopware engagiert bin, einem Shop-Hersteller. Ich war bei P&C, Mitglied der Geschäftsführung, war bei der IB Company und natürlich meine große Leidenschaft, das Radfahren, ich Mitgesellschafter bei Rosebikes bin. Ganz viele erfolgreiche Dinge. Was mich bei dir begeistert, ist dein Lebenslauf. Und natürlich ist das auch ein Stück weit Persönlichkeit, deswegen natürlich das, was für dich passt. Aber wie weit magst du uns mitnehmen? Wo waren die Herausforderungen deiner Jugend? Du bist ja nicht irgendwie in einem Elitehaushalt und dann bei Howard studiert, sondern du hast einen anderen Weg. Ja, ich meine, uns beiden verbindet ja die Realschule. Das ist ja schon mal unser erstes Verbindende. Du bist ein Realschüler? Ein stolzer Traum, auf die Realschule gewesen zu sein und zu sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass der größte Fan der Schule war, aber zumindest waren die Pausen super gut. Und ja, ich meine, ich habe da zwar so in der Öffentlichkeit noch nie drüber geredet, aber ich war die ersten vier Jahre meines Lebens auch im Kinderheim und habe dann das Glück gehabt von einer unglaublich tollen Familie, meine Eltern, ich kann auch gar nichts anderes dazu sagen, adoptiert worden zu sein und mit viel zu viel Liebe danach überschüttet worden zu sein und zwei tolle Brüder jünger bekommen zu haben. Und so heute, also von daher weiß ich zumindest, dass nicht für jedes Kind der Start ins Leben so einfach ist, wie man sich den vorstellt und darum probiere ich mich auch wirklich massiv immer für Kinder einzusetzen und auch für Förderung. Aber lass uns da mal einsteigen, weil es gibt ja, glaube ich, auch so was, natürlich gibt es faktisch, wenn man aus einer guten Familie, was immer das heißt, kommt, hat man eine höhere Chance, es zu schaffen. Aber ich glaube, du zeigst, es geht halt auch eben anders und nimm uns da nochmal mit, weil du hast einen schwierigen Start gehabt und dann warst du auf der Realschule und warum ist trotzdem aus dir was geworden? Also bei mir war es so ein Mensch, der heißt Martin Hubert, hier in Bonn, da durfte ich arbeiten, also als Praktikant natürlich nur, aber das hat bei mir einfach, ey, die bauen hier Computer, wie geil ist das denn? Was waren deine Momente, wo du sagst, so, da hat es Klick gemacht? Ich habe das mit meiner Frau Elisa mal öfter diskutiert, sie ist Bürgermeisterin von Coesfeld und damit auch, und hat eigentlich auch keinen klassischen Weg und hat dann im Wahlkampf mit 68 Prozent die CDU aus dem Sattel gehauen und als Parteilose. Und wir haben da öfter darüber gesprochen, in diesen Vieren im Kinderheim, ich hatte tatsächlich, und ich weiß das noch, weil ich noch mehrfach mit der Betreuerin von damals sprechen durfte, Ich hatte nur einen LKW, so einen Holz-LKW mit Bauklötzen und wenn ich heute überlege, wie ich selber auch als Papa meine Kinder teilweise manchmal überschütte und ich glaube, ich bin deshalb zum Beispiel so kreativ geworden, weil ich ja immer nur mit diesem einen LKW spielen konnte Und ich musste mir aus Bauklötzen eine ganze Fantasiewelt, ich musste mir vorstellen, das sind Ritter, ich musste mir vorstellen, das sind Könige, Prinzen oder Handwerker oder Bauarbeiter und das alles aus diesem LKW. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Lehre für mich, wie wenig man braucht und wie kreativ man dadurch werden kann. Das Zweite ist, was ich im Kinderheim, glaube ich, gelernt habe, ist, dass man sich immer flexibel auf alle Situationen einstellen muss. Und ich von der auch nie so eine Angst hatte, in neue Situationen reinzukommen. Wenn ich dann jetzt mit Blick zum Beispiel auf die Realschule gucke, da muss ich wiederum sagen, für mich war das Frontallernen noch nie etwas. Also, dass man einfach da sitzt, fünf Stunden im Unterricht, Englisch lernen soll, wenn man gerade gar keinen Bock auf Englisch hat, sondern lieber sich mit Mathe beschäftigen möchte oder mit Deutsch oder whatever. Oder Skateboard fahren. Oder Skateboard fahren. Oder Parad fahren, ja. Und man sitzt einfach auf dem Stuhl und der Lehrer oder die Lehrerin reden, 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 reden. Also, ich finde das so uninspirierend. Und hatte aber immer das Glück, dass ich dabei Thomas Gotthal, mit dem ich auch später, der ist heute der Frontastic-Gründer, weißt du, der saß neben mir. Und das war so ein ganz kreativer Vogel, der hat mit 14 schon eigene Spiele-CDs geschrieben und damals, wir sind jetzt heute beide 43, und der hat mich immer mit inspiriert. Der hat plötzlich Kataloge als 16-Jähriger für Arktis, das ist so ein Mail-Order. Ja, 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 ja. Für die hat der Kataloge gestaltet, als 16-Jähriger und ohne Ausbildung und ohne alles. Das war damals so ein Gadget-Kram. Ja, Gadget, ja, genau. Das ist die gleiche Altung, also ich bin noch älter, aber ja. Und Thomas und ich war immer Thomas Kaufmanager und strategischer Part und Vertriebs- und Sales und Marketing und Thomas war der kreative Kopf in Technik und so. Und so haben wir das immer zusammen alles gemacht. Aber lass mich da noch einhacken. Ja. Bei mir war es so, ich saß in der Schule, Frontalunterricht, ich hatte einfach keinen Bock. Natürlich war es, ist auf 100 Prozent mein Fehler. Ja. Trotzdem brauchte ich was, was mich begeistert hat. Ja. Und dann auf einmal war ich gar nicht mehr zu stoppen, habe ich alle Programmierbücher gelesen. Was war dein Moment? Du hast jetzt einen kreativen Freund gehabt, ne? Aber... Ich selbst übrigens auch schon immer dann sehr kreativ dazu, ne? Wir beide dann, ja. Aber was, aber warum bist du dann auf diesen Zug gekommen, wo du sagst, ich will anpacken, ich arbeite, ich hab Bock. Und sagst zum Beispiel nicht, hey, 9 to 5, alles andere ist mir scheißegal, sondern bist ja heute, da kommen wir gleich noch drauf, ein starker Macher. Ja. Wie hat das, weißt du, wo... Ich kann das, ja, ich kann das sagen, weil ich hab mit 16 die Wirtschaftswoche abonniert, damals... Nicht das Spannende als Wirtschaft oder so. Und aus eigenen Stücken, nicht weil meine Eltern gesagt haben, meine Eltern sind überhaupt gar kein Unternehmerhaushalt, oder Unternehmerinnenhaushalt, das ist überhaupt gar nicht die Frage, sondern alles andere sind ganz, ganz tolle, liebe Menschen, aber Sicherheitsmenschen. Und immer wenn ich, wir haben mit 13 die Schülerzeitung gegründet, auch komplett selber, die haben auch komplett selber finanziert und so alles und selber das Geld. Und immer wenn ich Erwachsenen dabei zuhören durfte, wie sie über Unternehmen geredet haben und auch wenn ich im Handel war oder wenn ich Läden gesehen hab oder ich hab als 16-Jähriger in der Produktion in der Tischerei gearbeitet, ich hab in der Tierarzneiherstellung gearbeitet, ich hab in der Bäckerei Brötchen ausgefahren. Und mir sind immer relativ, weil ich so fantasievoll war, immer Dinge eingefallen, wie ich es eigentlich anders machen würde. Nicht, dass die nicht einen tollen Job machen, aber ich dachte, hä, alles was so pragmatisch nicht logisch war, hab ich neu zusammengeschraubt. Das ist ja das große Steve-Jobs-Thema. Ja. Du kannst die Welt verändern oder läufst halt durch die Welt und sagst, sie ist halt wie sie ist oder macht's irgendwann Klick und du kannst verändern. Und nochmal, was war bei dir der Auslöser? Das war der Punkt, dass ich so fasziniert war, dass Leute über Business geredet haben und ich immer so mitgedacht habe, ich hab dann plötzlich in mir gemerkt und ich wusste wirklich als 16-Jähriger, ich hab das schon so oft auch zu Thomas und zu allen anderen Bekannten erzählt, dass ich als 16-Jähriger in meinem Kopf schon mir ganze Unternehmen vorstellen konnte, obwohl ich kaum welche gesehen hatte. Und das war, und zeigt mir heute eine Bilanz und ich hab wirklich, ich kann das ganze Leben in meinem Kopf mir vorstellen, wie die ja arbeiten, wie die ja miteinander sprechen und da hab ich eine unglaubliche Fantasie. Und darum hab ich dann, ja und darum hab ich mich dann immer mehr damit beschäftigt und hab wirklich probiert, selbst wenn ich in der Stadt war und im Café unterhielten sich zwei Unternehmerinnen oder Unternehmer, hab ich immer zugehört. Also hab immer Fragen gestellt, bin einfach rübergegangen, hab Fragen gestellt und ich wollte alles wissen und das war der Punkt für mich, wo ich sagte, ich muss Unternehmen und besser machen. Das hört sich, dass, und dann dachte ich, muss Steuerfachangestellter werden, was totaler, bescheuerter Fehler war. Und dachte, da können die Unternehmen. Und diesem Ruf bin ich wirklich gefolgt und hab das dann wirklich, neben dem Studium, neben der Bundeswehr, hab ich neben dem Steuerfachangestellter. Aber was hast du gemacht zuerst, richtig? Also ihr habt eine Schülerzeitung gemacht, dann, was war das nächste? Dann hab ich Steuerfachangestellter gelernt und toller Job und super wichtiger Job, aber nicht mein Job. Ehrlich gesagt. Aber du hast fertig gelernt. Fertig gelernt, aber ehrlich gesagt, ich gestehe es und ich hab zuletzt noch einem alten Arbeitskollegen gestanden, dann, ich bin ab mittags 15 Uhr mal eingepennt in dem Büro. Wirklich, jeden Tag. Das ist auch eine Lehre für mich, motivieren wir unsere Leute nicht, setzen wir die falschen Leute auf die falschen Tätigkeiten, was übrigens unsere Schuld ist als Arbeitgeber, dann schlafen die einfach mittags ein. Und was man für eine Motivation schaffen kann, wenn man das nicht macht, dann, und das macht und auf sein Herz hört, dann sieht man, was man schaffen kann. Das finde ich spannend. Aber okay, Steuerfachangestellter. Das heißt sogar Angestellter, das heißt, du würdest damit gar nicht selbstständig werden dürfen, sozusagen. Das war schon klar. Und du durfst auch nie das Unternehmen sehen, sondern nur die Aktenordner von den Unternehmen. Okay, das war nicht dein Ding. Das war nicht dein Ding. Dann bin ich zur Bundeswehr, wollte eigentlich Zivildienst machen, war aber zu spät. Und bin dann zur Bundeswehr und das war auch spannend, weil ich mich im Krankenhaus einsetzen lassen. So habe ich dann quasi Zivildienst bei der Bundeswehr gemacht. Und habe in der Grundausbildung schon einen ganz guten Trick gemacht. Und bin dann erstmal zu meinen Vorgesetzten, als ich merkte, wie das so funktioniert, total hierarchisch, wieder vorne sagte einer und dachte, gestalten wir das einfach um. Und das ist auch keine Geschichte, können auch wirklich meine alten Kollegen gefragt werden. Ich bin dann zu meinen Vorgesetzten und habe gesagt, pass auf, ich verstehe das, wie das hier in Nürnberg läuft. Ihr seid alle richtig machtgeil und ihr wollt hier alle so zeigen, ihr Disziplin. Und ihr wartet mal 20 Minuten vor der Tür, weil ich so ein großer Typ bin. Ich aber kann eine Sache, die kannst du nicht. Ich kann dir richtig Geld vom Finanzamt wiederholen. Und das mache ich für alle Vorgesetzten hier. Ich mache das aber bei euch zu Hause. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn 30 Kilometer Lauf ist, ich bin sportlich, da kann ich alles mitmachen. Aber ich werde diese ganze Affengetour hier nicht mitmachen. Ich mache das bei euch und ich sage euch, wie die Welt hier funktioniert. Und das haben die alle gemacht. Und ich habe allen wirklich Vorgesetzten die Steuererklärung gemacht, habe denen richtig Kohle wieder geholt und wurde völlig in Ruhe gelassen bei der Bundeswehr und konnte für mich und meine Kollegen alles organisieren, wie wir wollen. Also break the rules und schau dir an, was hast du, was kannst du, was andere nicht können, um dann nach dann halt anders leben zu dürfen. Darum geht es ja einfach. Absolut. Du hattest einen unfairen Vorteil, du wusstest, wie die Steuer geht. Du hast es an der richtigen Stelle angesprochen und wolltest eigentlich in Ruhe dein Kram machen. Das hat funktioniert. Und dann, glaube ich, kommt man irgendwann in einen Weg, wo man dieses positive Feedback hat. Und dann hast du gedacht, ich kann die Welt ändern. Weil im Grunde war das ja eigentlich positives Feedback. Du hast gemerkt, ich habe eine Idee, ich habe dir das erzählt und die sind voll drauf eingegangen. Was war dann das nächste Ding? Dann bin ich ja im Studium und im Studium, muss ich sagen, gleiche Frontalbeschallungsnummer, mir keinen Spaß gemacht. Was hast du studiert? BWL. Und hat mir wirklich keinen Spaß. Ich kann nicht sagen, dass mir alles keinen Spaß gemacht hat, das stimmt auch nicht, so schwarz weiß. Habe dann auch das Vordiplom noch so durchgezogen. Dann im Praxissemester bin ich dann wirklich aufgeblüht, war beim großen Anlagenbau und durfte das Controlling selber aufbauen. Also weil mein Vorgesetzter krank wurde, hatte ich einfach Glück gehabt. Pech für ihn, das war natürlich kein Glück, aber Glück für mich. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht und da habe ich auch wieder gemerkt, ich durfte es gestalten, wie ich wollte. Und hatte das Vertrauen meiner Vorgesetzten bekommen. Und wenn du das dann wieder machen kannst und die, die einfach vertrauen, was dann wieder für eine Motivation. Ich bin kein Abend vor 10 Uhr aus diesem Bürogebäude rausgegangen. Du hast einfach Bock hattest. Ich hatte einfach Bock und konnte es einfach gestalten. Und daraus habe ich gelernt, krass, ich bin 22, ich bin super jung, darf das hier schon machen. Daraus hin bin ich von einer Sanierungsberatungsfirma, Brox-Kampadern aus, abgeworben worden. Weil die sagten, ey geil, wenn du das da schon machen darfst, dann hilf uns doch Mandanten zu beraten. Und du bist irgendwie ein kreativer Kopf. Völlig ungewöhnlich, weil du super kreativ bist und dann noch Steuern verstehst. Und Buh, weil du verstehst, das gibt es gar nicht so oft. Ja und da war ich ultra jung, 23 und so. Aber hast du das Studium abgebrochen? Studium abgebrochen, habe ich gedacht, ist nichts, bin direkt in die Praxis. Hatte Kurzsorgen, also mir wird doch nichts, weil alle auch damals zu der Zeit, guck mal 20 Jahre zurück, da haben mir gesagt, wenn du ein Studium nicht hast, das wird nichts, weißt du, das wird nichts. Du, da war ich plötzlich und das war, guck mal, das ist 20 Jahre her und ich habe wirklich zwischen 8.000 und 10.000 Euro damals schon als junger Kerl verdient. Und das war wirklich enorm und das zu der Zeit ist heute noch enorm. Warum? Weil du beraten hast und so gute Tagessätze abrechnen konntest, oder was? Absolut, absolut. Aber auch da, weil das ist auch immer eine Botschaft, die ich heute noch sende, man muss trotzdem fleißig sein. Also es funktioniert nicht einfach nur draußen zu sitzen, mal sechs Stunden toll irgendeinen Vortrag zu halten. Weil viele stellen sich das Beraterleben so vor, du darfst immer nur die tollen Sachen sagen. Du musst dir erstmal gut zuhören, musst erstmal verstehen und dann kannst du die guten Sachen verändern und das mit Volldampf. Ja und daraus habe ich mich dann selbstständig gemacht. Wieder mit dem Thomas. Also danach haben wir gedacht... Wie hieß das oder was war dann quasi der... Werbeagentur für Digitales. Okay. Ihr habt eine Werbeagentur für Digitales gemacht, das heißt damals schon Webseiten? Ja, sogar die ersten kleinen Shops mit Stefan Hamann, der schon selbstständig mit Shopware war. Ja, wir saßen alle in einem Gebäude, aber Shopware war eine Ein-Mann-Personen-Firma. Ja. Dann Thomas und ich, Markus Wink, da noch ein Designer dabei und dann haben wir wirklich für Arktis einen Shop gestaltet und für die ersten damals... Und das war wirklich eine kuriose Zeit, weil das war 2004, 2005 und uns haben die Leute wirklich gesagt, was die da machen, das sind ganz komische Leute, die sitzen in meinem Keller, die sind kreidebleich, die essen nur Pizza, da kannst du auch nicht arbeiten, die machen irgendwas mit online oder sowas, was noch nie einer gehört hat. Das im Münsterland, das hat... Und da ist auch der Ursprung dann von Shopware. Da ist auch... Aber der war schon selbstständig damit, alleine. Ja, ja, genau. Er hatte damals quasi nicht ein Standard-Shop-System gemacht, sondern er hatte individuelle Shop-Lösungen programmiert für Unternehmen. Ja. Und wir saßen zusammen, Stefan und ich haben uns eine Kaffeemaschine geteilt, auf die wir immer abwechselnd gedrückt haben. Und dann haben wir da wirklich bis nachts konzipiert, programmiert, designt, wirklich geschraubt. Weil Shopware ist ja heute, glaube ich, auch ein Milliardenunternehmen, oder? Ich will nicht... Nein, 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 der ist ja gerade Paypal eingestiegen, die haben ja gerade nochmal ein riesen Funding bekommen, ist unglaublich erfolgreich, ist einer der erfolgreichsten Shop-Hersteller Deutschlands oder Dachregionen. Und das alles aus diesem Münsterland, aus dieser Dreier-Kombi, Thomas Frontastic hat mittlerweile Commerce-Tools gekauft, also auch eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte. Und ich finde das immer noch verrückt, dass das sind diese drei Jungs, die sich da zusammengesetzt haben, da in diesem Gebäude. Seid ihr bis heute befreundet? Alle drei befreundet, ja. Krass. Ja, geil. Lachen uns auch immer noch gerne mal kaputt, wie wir damals wirklich belächelt wurden. Ist sogar so verrückt, das muss man sich mal aus der heutigen Brille vorstellen, die Bank hat gar nicht verstanden, was wir machen. Die haben gesagt, denen Kredit zu geben, auch für Laptops, keine Chance. Dann hatten wir Zippo-Feuerzeuge da, weil wir so ein ... Das waren die, die damals Hipster, die waren Metall, konnte man aufklappen, hatten so richtig rustikal. Ja, okay. Wirkliches Weltbrand. Wir haben die im Online beraten, wie die online besser performen konnten. Und dann haben die gesagt, ey, eure Location sieht so cool aus, das war jetzt nichts Besonderes, aber sieht so cool aus, so stylisch. Hier werden wir mal am Wochenende, werden wir mal ein Fotoshooting machen. Und dann hatten die tatsächlich Models da, in Unterwäsche, mit Zippo-Feuerzeugen. Das wiederum haben die Leute in Münsterland gesehen, dann gab es die Geschichte, wir hatten Nutten am Wochenende da. Die Bank hatte uns schon verflucht, weil sie online nicht verstanden haben. Die Leute haben gesagt, das ist ein komischer Typ. Und dann haben wir noch Pornos gedreht am Wochenende. Das war, du kannst dir vorstellen, das hat einen natürlich als Gründer oder Gründerin, wie das jeder verstehen, das hat einen total geärgert. Weißt du, wenn die Leute da nicht an dich glauben, du gibst Vollgas, du willst das alles machen und Leute glauben dir nicht. Okay, das heißt, ihr habt eine Agentur gegründet, digital kam er dann langsam, Aufträge gab es genug, auch wenn noch kein Umsatz da war. Weil ich glaube, am Anfang bei E-Commerce muss man auch fairerweise sagen, noch viel, wir waren begeistert. Aber es war nicht wie heute, dass da 100 Millionen Umsatz generiert wurden, sondern es war auch frühe, frühe Zeit. Man konnte ganz infaktisch sagen, wer damals 2008 schaffte, 10 Millionen Umsatz zu machen im Jahr, der war schon ganz weit vorne. Also das war dann wirklich schon, das heißt, die Shops, die wir so beraten haben, die machten zwischen 500.000 und 5 Millionen, dass man sich das mal so aus der heutigen Sicht vorstellt. Und wie ging es dann weiter? Das Problem war, dass wir bei diesem Werbemacher alles Mögliche gemacht haben. Weißt du, wir haben das Design gemacht, die Technik gemacht, die Vermarktung gemacht. Wir waren noch da, wie nennt man das? 360-Grad-Agentur. Genau, voll, und dann haben wir diese Agenturen, die quasi alles gemacht haben. Ja, Full-Service-Agentur. Ja, Full-Service-Agentur, genau, Full-Service-Agentur. Und das Problem ist, damit verdienst du einfach kein Geld. Das war einfach ... Das ist, ich habe mich so verkalkuliert, ich habe nur, ja ... So, und das hatten wir dann viel Spaß. Tatsächlich haben wir übrigens viele Pizzen gegessen. Das war also gar nicht so gelogen. Haben viel gelernt, auch von Betrieben noch mehr und Co. Haben unglaublich viel kreativ sein dürfen, eigenständig sein dürfen, verrückt sein dürfen. Das war alles geil. Haben dann aber 2009 die Mandanten verkauft an eine andere Werbeagentur, haben aber kein großes Geld bekommen. 250.000 Euro. Und diese 250.000 Euro haben wir in Shopmacher investiert, unsere zweite Firma. Die dann zu 100% spezialisiert waren, nur noch auf E-Commerce-Strategien, E-Commerce-Design und E-Commerce-Technologie. Und aus der ganzen Vermarktung und Marketing und alles rausgehalten, wir haben die Shops gebaut und konzipiert. Alles exklusiv auf Shopware oder habt ihr auch dann Shop ... Ihr habt alles gemacht. Alles gemacht. Shopify, wie hieß die noch, Magento? Ja, wir haben im Schwerpunkt Oxit Shopware Commerce Tools damals gemacht. Und alle drei auch gleich verteilt. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass wir den einen mehr oder den anderen weniger gemacht haben. Ach, gar kein Shopware. Doch, Shopware auch. Shopware, Oxit ... Ja, genau. Sorry, ja. Und das lag eher daran, bei dem einen passt so das eine System besser und bei dem anderen das andere. Und waren aber darauf spezialisiert. Und das war wirklich eine krasse Erfolgsgeschichte. Dann zwei ... Der Witz war, auf einmal hießen wir halt nicht mehr Werbemacher und Shopmacher. Und innerhalb von einem halben Jahr wollten alle möglichen Leute mit uns sprechen. Und ich habe mir damals einen Trick gegönnt. Ich muss diese verrückte Geschichte erzählen, weil das wirklich ein so dummer Trick ist, dass es heute noch bei mir auf dem Klo liegt und ich mich immer drüber kaputt lache. Und zwar habe ich ein Buch rausgebracht, E-Commerce für ihre Marke. Ein ganz kleines Bilderbuch. Und ich habe die damals angesagtesten Leute so im E-Commerce so auf Handelsseite gefragt, habe sie mir ein Kurzinterview gegeben, habe das ins Buch. Und dann plötzlich dachte jeder, Shopmacher noch nie gehört, aber die scheinen jeden zu kennen. Dieses Bilderbuch, wo kaum Text drin ist. Das war wirklich ... Auf einmal wollten auch alle mit uns sprechen und wir haben dieses Buch einfach zu allen hingeschickt. Und die sagten, boah, ihr seid ja so krass, wen ihr alle kennt. Auch das ist ja ein Learning. Du musst ... Wir sagen ja manchmal, eat like a bird, boob like an elephant. Du musst halt irgendwie gucken, wie du dich groß machst. Coole Idee. Ja. Und dann, da ich ja so der Controller-Typ in Fantasie voll bin, habe ich dann gleichzeitig unglaublich viele Business Cases für fast alle großen Modehändler Deutschlands erstellen dürfen. Von damals die klassischen Marken und so, die es alle gab. Und dann ist mir aufgefallen ... Business Case heißt, da kam einer hin und gesagt, wir sind führend in Polo-Shirts bei Frauen oder whatever. Schießer zum Beispiel, nimm Schießer. Oder irgendwas, Männermoden mit 300 Läden oder so. Alles möglich so. Die kann dann zu dir und sagen, wie können wir denn jetzt mal hier E-Commerce-Strategie machen? Und was kostet das überhaupt? Ach so. Was kostet, ein Paket aus dem Lager rauszuschicken? Okay. Was ist eigentlich eine Organisation, die ich benötige, wenn ich in den E-Commerce einsteige? 2010 waren nur 10% aller Modemarken online. Dass man mal so eine Vorstellung davon hat, der Deutschen zumindest. Und dann ist mir aufgefallen, dass niemand in den klassischen Business Cases Geld verdienen konnte. Und das war verrückt, wenn du nämlich nicht bereit warst, gewiss zu skalieren. Und sagen wir mal, das waren alles Läden, die machten 200, 300, 400, 500 Millionen stationären Umsatz und wollten langsam wachsen online. Und dann eine Million in dem einen Jahr, nächstes Jahr mal drei Millionen. Und so funktioniert das nicht, weil du das Vollinvestment für Logistik, egal ob Outgesort, du musstest dir die ganzen Kosten tragen, du musstest den Shop bauen. Das heißt, du hast quasi herausgefunden, dass du gesagt hast, Geist unter 5, 10 Millionen, whatever, macht das einfach keinen Sinn, könnt ihr machen, aber es ist reines Marketing. Genau. Und dieses Kleiner dann das zu machen, funktioniert auch nicht, weil dann ist der Shop einfach scheiße. Weißt du, das heißt, es gab das nur A oder B und du musstest dich entscheiden, diese blaue oder rote Pille. Und daraus habe ich das Buch 2011 E-Commerce lohnt sich nicht rausgebracht. Und das war mein persönlicher Durchbruch. Mit dem Buch war ich dann in der Wirtschaftspresse plötzlich sehr bekannt. Und das sind auch lustige, kuriose Geschichten. Plötzlich wurde ich gebucht für Business Dinner, wo irgendein Vorstand eines großen Unternehmens für 5000 Euro eben ein, fass mal kurz in einer Stunde dein Buch zusammen und bring mir bei, warum E-Commerce dich nicht lohnt und wie es sich lohnt, was ich machen muss. Ja, war ein heißes Thema. War ein heißes Thema, ja. Du wurdest zum Experten. Absolut. Und damit war ich auch plötzlich nicht mehr nur Shopmacher, sondern, das war auch kurios, ich war dann überall der Digitalexperte. Und wenn wir schon Markus als Digitalexperten haben, dann können wir natürlich die Agentur auch mitbuchen. Und somit war es der Durchbruch von Shopmacher. Ha, und wie war der Peak dieser Agentur? Oder gibt es die vielleicht sogar heute noch? Gibt es heute noch. Gibt es heute noch? Wir haben die 2015 verkauft, Thomas und ich. Mit wie vielen Mitarbeitern? 90, 86 waren wir. Und die sind heute ein bisschen kleiner, weil die sich spezialisierter haben noch auf größere Shops. Und die sind heute so 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ein cooles Unternehmen. Mein Bruder ist einer der Chefs dort und das wäre auch cool, dass ihr das weitermacht mit dem André Reutsch zusammen. Und ja, ich war letztens noch erst einmal seit fünf Jahren wieder da und hab mal Hallo gesagt. Das ist auch total krass, wenn man zu seinem eigenen Ding mal, wo man früher mal mit aufbauen durfte, wieder zurückkehrt. Das ist auch eine lustige Sache. Das heißt, du hast dann verkauft und was war dann der nächste Schritt? Dann hast du wahrscheinlich ein bisschen Kapital diesmal mitgenommen. Ja, das war schon ein ganz guter Exit. Also das war schon wirklich gut. Ich wollte gar nicht verkaufen. Es war nicht Exit getrieben, es war einfach ein gutes Angebot, was gekommen ist. Also das möchte ich auch klar sagen. Ich bin eigentlich gar nicht, also ich habe nie einen Plan, etwas aufzubauen, um es einfach nur zu verkaufen. Sondern ich möchte als erstes mal die Welt besser machen. Ja, und dann wollte ich ein halbes Jahr mir eine Auszeit nehmen und wollte mir überlegen, was mache ich denn jetzt nach so vielen Jahren Selbstständigkeit und was ist mein Plan und was will ich als nächstes machen? Und dann rief mich einer der Shopmacherkunden an, nämlich BetaBett. Dazu gehörte in Deutschland damals Matratzen und Kort, das ist Europas größte Bettenmatratzkette. Komm du bei uns in die Holding, komm du bei uns in die Geschäftsleitung, werd bei uns der Digitalchef, werd der Omnichannelchef und überleg dir dabei, mach das als Interimsmanager für zwei Jahre und überleg dir dann dabei, was du machen möchtest. Dann habe ich gesagt, du, ich bin nicht so ein Typ, der Vollzeit irgendwo anfangen möchte. Ich bin auch so ein Freigeist. Und dann sagt er, das ist überhaupt kein Problem. Dann machst du an drei Tagen die Woche und den Rest kannst du machen, was du willst. Aber in deiner Power, weil alle schon wussten, der Markus, der hat immer Power. Ja, und das haben wir ja gemacht. Dann haben wir eine tolle Geschichte dort aufgezogen, viel erreicht, gerade auch in den ausländischen Märkten. Und ja, unglaublich inspirierend. Ich durfte gleichzeitig viel lernen. Ja. Das heißt, jetzt dann Matratzen verkaufen. Und da hast du dann gesagt, okay, wie macht man das Online-Marketing? Wo sind die Channels? Was ist die Conversion? Wie optimiere ich die Logistik? Den ganzen Thema einfach. Und wie stellt man sich als Unternehmen um? Denn wir waren ja ein Offline-First-Unternehmen. Wie wird man ein Online-First-Unternehmen? Denn, ich möchte mal ein Beispiel sagen, Matratzen, stationär berät der Verkäufer, die Verkäuferin. Und die guckt sich einen Typen an, die sieht dich. Und die weiß schon Größe, Gewicht, Statur. Die wird ja mega krasch sportlich, die breiten Schultern. Und sie wird für dich die richtige Matratze finden. Aber online funktioniert der Prozess ganz anders. Online hat, das heißt, diese ganze Logik umzustellen, dass wir ein selbstsprechendes Unternehmen werden, was in der Lage ist, selber Matratzen zu verkaufen. Und danach, du machst erst online den Aufschlag und gehst dann in die Filiale mit deinen perfekten Angeboten. Und dann der Verkäufer, die Verkäuferin hilft dir dann noch auf der letzten Meile. Das ist ja eine komplett umgedrehte Logik. Das fing ja schon an mit den ganzen Hierarchien-Modellen, die da vorher schon. Alles per sie, keine Laptops für Mitarbeiter, kein Remote-Work und diese ganze Kultur aufzubrechen. Es wurde ein halbes Jahr über Konzepte nachgedacht, statt einfach auf Test, Learn, Build, Bigger zu setzen. Ja, und das waren alles die Dinge, die ich da so mit reinbringen durfte mit dem Team gemeinsam. Und dann hast du deine neue Passion gefunden? Dann habe ich gedacht, so Handel ist cool. Matratzen auch cool. Und ich habe so viel über Matratzen gelernt und auch, wie solide das war. Worauf schläfst du? Ich schlafe natürlich auf einer Matratzen-Concord-Matratze in der M-Line von Matratzen-Concord. Und tolle Matratze und mein Gästebett ist mit Emma-Matratzen ausgestattet. Denn ich konnte noch in dieser Zeit einen Deal machen und zu Matratzen-Concord Emma-Matratzen reinholen. Und Emma ist ja heute der Marktführer überhaupt mit einer Matratze. Krasse Unternehmen, die machen mittlerweile mit zwei Marken, Emma und Dunlopelo, 700 Millionen Umsatz. Und als ich die kennengelernt habe, waren sie ein kleines Unternehmen, vielleicht mit 10 Millionen Umsatz. und sind so groß geworden in den letzten Jahren. Wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Mit einer Matratze. Wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und das war natürlich, bis heute sind wir befreundet. Wir sind beide, Manuel, der Gründer und ich, sind auch beide Eigenmarkenbeirat bei BabyBahn in Münster. Und das ist natürlich cool, weil er so ein Produktfetisch ist. Und auch da kann man viel lernen. Der hat alle Matratzen nicht angeguckt und hat gesagt, 50 Prozent der Leute brauchen gar nicht Auswahl. Die brauchen einfach nur die eine Matratze. Die anderen 50, die vielleicht Hüftprobleme haben und so, für die passt die nicht. Aber für den Querschnitt der Gesellschaft. Ist das eigentlich das Model 3 oder der Ikea-Schrank. Und der ist heute die bestgetestete Matratze. Also das ist wirklich verrückt, wie der diesen ganzen Markt revolutioniert hat. Krass. Aber du wolltest raus aus Matratzen. Und was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt war Fahrräder. Denn der Vorstandsvorsitzende von BetaBet ist Vorstandsvorsitzender von Axel geworden. Das ist der zweitgrößte Fahrradhersteller der Welt. Und dort bin ich dann CDO der Holding geworden. Gleiches Spiel, drei Tage die Woche, diesmal in Amsterdam. Ja. Und Fahrräder, was tatsächlich schon immer eine große Passion von mir auch war. Ja. Auch privat. Natürlich geil, wenn plötzlich du deiner Passion auch noch folgen kannst und die Produkte auch wirklich noch abgöttisch liebst. Und für ein Jahr im Interim, weil ich wollte mich wirklich nicht festlegen. Ich hatte eigentlich gesagt, ich muss wirklich mal einmal kurz drüber nachdenken. Und diese Wechsel, die gehen teilweise so schnell. Und ja, Markus, wir sind Hersteller. Und jetzt musst du für uns ein Modell aufbauen, wie wir digital first werden, gemeinsam mit dem Handel. Dann habe ich gedacht, da ich ja pragmatisch bin, wir kaufen einfach Rosa-Bikes in Deutschland. Und wenn wir Rosa-Bikes kaufen, die damals schon so 80 Millionen Euro Umsatz gemacht haben online, dann docken wir da den ganzen Handel an. Dort haben wir ein Online-First-Unternehmen, die sind von der Kultur eingestellt, bringen da unsere Brands drauf und machen da innerhalb zwei Jahren eine Story auf 200 Millionen. So. Alle feiern das. Ich habe gar nicht zu viel Arbeit, pragmatisch gedacht. Bring meinen Drive rein, ein bisschen Kreativität, geiles Team und wir rocken das. Wusste nur nicht, dass so Münsterländer einfach solche Dickköpfe teilweise sind und sich einfach nicht verkaufen lassen wollen, sondern lieber Dinge selber groß machen. Also bin ich nach einem Dreivierteljahr überzeugt worden, von denen bei Axel rauszugehen, zu denen, mit denen gemeinsam das zu machen, wo dann Mitgesellschaften bei Rose-Bikes und wir sind bei 80 Millionen gestartet und werden jetzt drei Jahre später die 200 Millionen Marke knacken. Krass. Okay. Dann war der andere aber wahrscheinlich nicht so glücklich, wo du eigentlich dann starten solltest. Ton und ich sind heute noch Freunde, aber er hat das verstanden und er hat gesagt, Markus, ich merke dein Freigastherd sowieso immer. Ja. Und Wildpferde muss man auch mal ziehen lassen und man muss immer sagen, Axel ist ein ganz, ganz tolles Unternehmen und ich kann das auch jedem nur empfehlen, da zu arbeiten, mega cool. Ja. Aber man muss Konzerne wollen. Und ich habe eine Sache für mich gelernt, ich möchte Konzerne nicht. Nee. Das ist einfach nicht mein Ding und das muss ich einfach auch so sagen. Und ich kann da auch nicht wirken, denn ich kann diese ganzen Mammutrunden einfach nicht. 30 Leute, 30 Meinungen, nochmal diskutieren, nochmal diskutieren. Ich bin einfach ein Macher und möchte es auch umsetzen. Und bei Rose hast du dann auch quasi gelernt, dass du da gerne Shareholder geworden bist. Das heißt, du hast da auch dann Anteile bekommen. Ich habe Anteile bekommen, bin Geschäftsführer direkt geworden und habe ein paar Prozent Anteile bekommen. Ja. Ich hatte noch zwischendurch als Investor mich an Commerz beteiligt, eine Digitalberatungsagentur für UX Design. Die haben wir dann komplett noch gekauft. Okay. Und die ist dann Bestandteil von Rosebikes geworden. Und was verkauft ihr da heute? Wirklich vom Kinderfahrrad bis zum E-Bike? Nur eigene Marken rund um Sportbikes, also Lifestyle und Sportbikes. Rennrad, Mountainbike, aber auch ein sportliches Citybike, E-Bike, aber alles sind sportlich. Also du musst schon nicht wie auf dem Hollandrad gemütlich sitzen wollen, sondern du musst schon sportlich in Lifestyle. Wenn man das mit Automarken, würde ich sagen, wir sind irgendwie ein Zwischending zwischen BMW, Porsche und Audi. Würde mich aber lieber mit Tesla vergleichen, weil vom Drive her. Aber dass man das versteht und vielleicht... Und eigene Bikes. Alles eigene Bikes. Eigene Entwicklung, eigene Bikes und Bekleidung, Teile, Zubehör. Haben zum Beispiel gerade mit Rikon eine Modellinie rausgebracht. Und was, warum die Rose-Geschichte interessant ist, weil das war, ist ein 107 Jahre altes Traditionsunternehmen. Und die waren richtig cool drauf und tolle Macherinnen und tolle Macher. Aber eine Sache konnten die auch nicht radikal nach vorne. Und was wir dann wirklich gemacht haben ist, und da haben die Inhaber mir vertraut, Steffi Rose, Erwin Rose und Orsten Rose und haben gesagt, Markus, wir machen mal für ein Jahr die Augen zu. Ich habe nämlich gesagt, wir werden von 13 Ländern uns auf 5 spezialisieren, aus 8 rausgehen. Das Geld, was wir da durchsparen, stecken wir voll ins Marketing. Und wir werden trotzdem um 30% im ersten Jahr wachsen. Und das haben wir auch nach vier Wochen offiziell in der Wirtschaftspresse angekündigt. Nach vier Wochen. Wir haben gesagt, wir werden 100 Leute dies Jahr einstellen, wir werden 30% wachsen, wir werden Marketing erhöhen und wir werden den Gewinn erhöhen. Und wir werden nicht wie ein Startup sogar noch Geld verlieren. Und wir bringen komplette Startup-Mentalität rein. Wir werden agil arbeiten, wir werden Tesla und Bit Bigger und wir werden auf Performance-Kultur setzen. Das haben wir alles innerhalb eines Jahres durchgezogen. Und wo baut ihr die Fahrräne? Die Montage funktioniert komplett in Bocholt in Münsterland. Und die Komponenten kommen quer durch die Welt. Was natürlich im Augenblick, wir lernen auch gerade wieder, wir brauchen wieder mehr Produktion in Europa. Also das ist tatsächlich ein wichtiges Learning und probieren auch gerade unsere Branche dabei zu begleiten und Mut zu machen, wieder mehr hier selber zu produzieren. Da hört deine Geschichte wahrscheinlich noch nicht auf, oder? Nein, nein, nein. Dann bin ich ja immer noch als Gründer und Investor unterwegs. Und darf mich immer, aber nur an Leidenschaftsprojekten. Also das ist, ich mache nur Dinge, die mich der Leidenschaft treiben. Und mit Manuel Neuer haben wir uns gerade an VoteBase beteiligt. Und VoteBase ist digitales Wählen. Wir wollen zwei ganz, ganz tolle Gründer, die einfach verrückt sind, die auf Blockchain basierend eine Wahl-App gebaut haben. Und wie wir gesagt haben, Jungs, ihr seid so gut drauf, wir machen das. Und heute ist der Tim Bensko noch zusätzlich, ist jetzt gerade eingestiegen. Aber eine Wahl-App müsste, also wahrscheinlich auch für Vereine und so, oder? Für Vereine, Firmen auch. Firmen, okay. Quasi neuer Aufsichtsrat, oder genau. Oder wollen wir eine Kantine bauen, oder nicht? Oder möchtet ihr vier Tage Woche, oder möchtet ihr sie nicht, oder was möchtet ihr? Du kannst einfach alles abstimmen lassen. Und wir wollen, die ersten Kommunen setzen die jetzt ein, die damit ihre Stadtratsabstimmung ohne Papier komplett digital abwickeln wollen. Und wir wollen natürlich irgendwann mal eine Kommunalwahl, Landtagswahl oder die Bundestagswahl. Vor allen Dingen, denk mal an Länder wie Afrika und so, wo Menschen auch vielleicht gar nicht so erleichteten Zugang haben. Ja, ja, total. Das ist so, das ist das eine. Dann haben wir die Founders League mit Johannes Klisch, Benjamin und Julian gerade gegründet. Das ist, wir wollen Startups eine Bühne geben. Du kennst das Thema. Höhle Löwen, ja. Wollen das ein bisschen anders machen, wollen nicht selber investieren, sondern denen einfach nur die Bühne geben, sich vor Investoren zu präsentieren. Ja. Weil das tatsächlich für manche Startups echt schwierig ist. Das wollen wir da ... Das heißt, ihr stellt eure Reichweite zur Verfügung. Absolut. Macht ein professionelles Setup. Ja. Dann kriegt ihr viele Bewerbungen rein. Ihr guckt, wer auf den ersten Blick einigermaßen sinnvoll aussieht. Und die dürfen dann einfach 20 Minuten pitchen. Absolut. Und die müssen aber, wie 1.6. produzieren, war in Leipzig die erste Folge. Okay. 100 Gäste dürfen auch dazukommen. Und das wird, glaube ich, ganz cool. Und du musst aber, wie beim Singen, du musst schon singen können. Also, wir werden nur gute Ideen. Ja, ja, ja. Wir wollen nicht, wie bei Deutschland suchst du einen Superstar, wir wollen kein Bashing dort machen, sondern auf Augenhöhe uns mit den Gründerinnen und Gründern unterhalten und denen einfach diese Bühne zur Verfügung stellen. Und wir haben jetzt schon unglaublich viele Anfragen von Investoren, die sich das angucken wollen und Zugänge kriegen. Und alles ist offen. Ja. Und dann ist natürlich meine Herzensangelegenheit. Das ist natürlich damit zwei Projekte, damit alle Kinder die gleiche Chance haben. Da fahre ich Rad. Jetzt die nächste Tour ist mit Jan-Josef Liefers und Tim Bensko. Und da sammeln wir immer Geld ein. Dieses Mal werden wir ungefähr 45.000 einsammeln und spenden Geld für Kinder, die nicht den einfachsten Start im Leben hatten. Zweite Sache ist natürlich jobaidukraine.com, die wir komplett ehrenamtlich vor sechs Wochen gegründet und gestartet haben. Und die hat schon über eine Million Besucher und vor allen Dingen ganz toll 3000 Menschen schon vermitteln durften zu Vorstellungsgesprächen. Vorstellungsgesprächen Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier ein Vorstellungsgespräch in Deutschland haben. Wie heißt die URL-Nummer für alle? Jobaidukraine.com. Und das ist einfach unglaublich. Alles ehrenamtlich. 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und programmieren gerade ehrenamtlich an der Seite. Das ist einfach unfassbar. Und ohne Konzept sind wir an den Start gegangen vor sechs Wochen. Nach vier Tagen hatten wir die Seite live. Und nochmal eine Million Besucher, 3000 Menschen vermittelt. Einfach unglaubliche Geschichte. Das zeigt aber auch, wenn wir alle einfach erstmal riskieren. Machen, ja. Und machen, statt immer nur zu reden und auf Test, Learn, Build, Build, Builder zu setzen. Und wirklich du auch ein Ziel hast gemeinschaftlich. Du den Leuten vertraust, was du dann bewegen kannst. Ja. Deswegen vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast. Weil ich glaube, dein Lebenslauf, was du jetzt heute schon erreicht hast und was du ja hoffentlich auch noch viel Energie hast, umsetzen kannst. Das heißt einfach, jeder kann es machen. Also jeder, es ist nicht immer, du musst aus den besten Verhältnissen kommen und dann einen WAU-Abschluss haben oder keine Ahnung was. Sondern du kannst einfach mal machen. Und du musst immer sehen, wo ist deine Möglichkeit, deine Opportunity, wo du sagst, selbst wenn du in einer schwierigen Situation bist und beim Bund bist, es eigentlich dich echt alles ankotzt. Trotzdem kannst du einen Weg rausfinden und sagen, hey, ich weiß doch was. Wenn ich das den drei Chefs anbiete, es kann sein, dass du gut kochen kannst. Du konntest jetzt steuern. Ist doch total egal. Absolut. Es ist doch immer die Frage, wir alle fallen hin. Wir alle kriegen wirklich auch mal echt einen harten Schlag auf die Nase. Wie reagierst du da drauf? Wie gehst du damit um? Sagst du, ich komme aus dem Heim oder von der Realschule oder ich weiß nicht was und deswegen werde ich nie was werden? Oder gehst du hin und sagst, nein, ich versuche das, was ich kann, umzusetzen. Ich finde, da bist du einfach ein tolles Beispiel. Wo kann man dir auf Social Media folgen? LinkedIn bin ich vor allen Dingen sehr aktiv unter Markus Diekmann. Ich bin auch bei Insta, aber da mache ich ehrlich gesagt nicht so viel, sondern LinkedIn ist meine. Wir probieren auch immer authentisch, öffentlich alles zu machen und zu teilen, was uns bewegt und was wir anstellen. Da haben wir auch keine Geheimnisse. Ich habe auch kein Geheimnis. Ich habe auch schon rund 250.000 in meinem Leben verloren. Auch das gehört dazu. Ich glaube, was noch eine wichtige Botschaft ist, die ich noch gerne loswerden möchte, ist, ich habe so viele Eltern, die auch Kinder haben, die heute 20 sind. Dann fragen die mich Markus, die ist nicht so gut da drin. Der ist nicht so gut im Sport. Und ich denke immer, du, ich war auch kein cooles Kind, weißt du? Und das ist auch gar nicht wichtig, sondern wenn die eigene Motivation und jeder auf sein Herz hört, dann kann aus jedem etwas Tolles werden. Und deswegen muss man ja nicht wie wir beide in der Öffentlichkeit stehen oder der eine ist einfach der Beste auf dem Fußballplatz, der andere ist der Beste beim Kochen im Freundeskreis. Und der andere bewegt halt in seiner Region oder überregional, whatever. Und der andere erfindet ein Heilmittel gegen Krebs. Also was auch immer, aber lasst den Leuten doch das Zeit, verurteilt keinen, sondern lasst jeden sein, so einfach sein, wie er ist und helft mit, dass wir alle auf unser Herz hören. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast. Und ja, wir werden sicherlich noch viel von dir sehen. Also aktiv auf LinkedIn, der Markus. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.